Musik Wir kommen zu der Ziehung vom grossen Winterwettbewerb, den wir veranstaltet haben. Wir hatten sehr, sehr viele Einsendungen und natürlich können nicht alle gewinnen. Wir werden zehn Leute glücklich machen mit einem Special Edition Scheller und werden natürlich auch wissen, wie denn der Hund heisst. Günther, wie heisst der Hund? Mein Hund heisst Zitta. Wunderbar! Damit ist die Auflösung einerseits klar, die richtige Lösung ist Zitta. Und jetzt wollen wir wissen, wer von diesen vielen Einsenderinnen und Einsendern einen Sparscheller bekommt. Günther, darf ich dich bitten, ziehe ihn mal einen ersten Tal. Danke! So, müssen wir überprüfen, ob das korrekt ist. Wir wollen die ... Ja, da ist alles gut. Die Lösung Zitta steht auch drauf. Gut, also dann kannst du vorlesen. Die Gründerin ist Loredana Müller-Visconti aus Liesbach. Die Gründerin ist Loredana Müller-Visconti aus Liesbach. Die Gründerin ist Loredana Müller-Visconti aus Liesbach. Und jetzt rafft es ein weiterer Schäler. Alles gut. Ja, allen, die da mitgemacht haben, ganz ein herzliches Dankeschön. Und vor allem allen Spenderinnen und Spender, merci für den Beitrag. Arme Krekke. Bravo! Arme Krekke. Arme Krekke. Roche-Lo. Denn die E 스chaوس frak und schade wird zu, Wenn wir ein paar Spiel aufstud�